ja hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen letzten info über meinen channel und ich habe mir jetzt vor einigen tagen oder vielleicht ist inzwischen auch schon eine woche her oder wie auch immer ich habe ich mir einen zweiten youtube namen kanal gemacht und zwar habe ich den immer genannt kirmes nrw wider ich habe das vorhin noch mal umgeändert stand nämlich vorher kirmes wider nrw und ich weiß nicht ob sie namen hat bei youtube hier schon gibt deswegen vorher wie gerade gesagt kirmes wider nrw jetzt kirmes nrw wider das ist immer so stehen also so heiße ich jetzt mein zweitkanal mein hauptkanal ist ja gauss wider ich dachte könnt ihr euch jetzt gerade hier mal irgendwie zeigen wir machen das anders wir jetzt erstmal ein anderes layout hier den standard so wie ich das kenne so kann ich euch besser zeigen ja mein hauptkanal wie gesagt gerade eben goes wider und da ich ja auch ab und an verschiedene kirmes aufnehme habe ich mir ein extra channel gemacht und da werden dann die ganzen videos reinkommen von den ganzen kirmes ich habe jetzt schon ein video reingesetzt vom blasshammer markt vom dritten neunten 2017 das war der letzte tag wo ich da war da habe ich hier schon das heroes karussell aufgenommen das war irgendwie anfang abends gewesen da wo es noch einigermaßen hell war oder ziemlich hell wie man hier sehen kann mit predator habe dann mal rüber geschwenkt zwei dreimal oder so ja war eigentlich dieses jahr ein gutes jahr für den blasshammer markt ja was kommt als nächstes dran ich würde dann also ich kann nicht überall dabei sein wo überall eine kirmes und wo was los ist ich kann leider nur dahin kommen wo ja für dich hinkommen kann ich denke für dieses jahr auch nach prokummer markt auch irgendwie hinkommen muss ich mal gucken vielleicht meine eltern oder irgendwie kollegen oder was weiß ich weiß wie auch immer ich werde auf jeden fall dahin kommen ja dieses wochenende ist auch habe ich mal aufgeschrieben in espelkamp city fest auch eine kleine kirmes die aber nur drei tage geht von freitag bis sonntag und dieses wochenende beziehungsweise schon seit heute in bündel zwiebelmarkt da werde ich wahrscheinlich auch da sein muss ich mal gucken vielleicht aber nur ein tag dann ja nächsten monat in herford city fest ja und auch in hannover oktoberfest über eine kirmes in letzter zeit ja das eine kleine info nebenbei wo überall was los ist und ja hannover weiß nicht ob ich da hinkommen kann und ja lasst euch einfach da mal überraschen jetzt auch mal drauf zurück wegen bündel espelkamp und herford wird sich alles sehen ja könnt ihr euch schon mal drauf freuen werdet ihr dann ja sehen wenn ihr was in meinem zweiten channel hier was rein kommt dann seht ihr ja dass ich da war und wird es ja auf jeden fall dann hier hochladen ok ja das dazu das wollte ich euch einmal informiert gesagt haben kirmes nrb wider hier kommen alle videos rein was mit kirmes und ja also freizeit parks wenn ich mal irgendwo sein sollte auch rein kommen aber wo ich nicht hinkommen kann wenn auch keine videos entstehen gibt ja andere kanäle die überall hinfallen kirmes zu kirmes nehmen das auf und laden das in dem youtube kanal halt hoch ja ich kann es leider nicht machen eigentlich schade aber ok ok dann ansonsten bedanke mich hier fürs zusehen und zu hören und ja wenn ihr wollt lasst gern ein abo da und ein like wird ihr mich auch freuen ansonsten wünsche ich euch viel spaß bei den videos beim anschauen und ja alles was hier so reinkommt werdet ihr dann ja sehen also ciao